Na, wenn das mal kein Glück bringt! Endlich ist es soweit, unsere erste größere Tour 2023 startet und führt uns abermals an den Lago Maggiore nach Norditalien. In diesem Teil geht es aber erst einmal um die Anreise bzw. die Zwischenstopps, die wir bei der Anfahrt gemacht haben. Den ersten Stopp legen wir an der Burgruine Heiligenberg an der A7 in Höhe Melsungen ein. Dort kann man toll wandern und trotz Autobahnnähe sehr ruhig übernachten. Die zweite Übernachtung ist in Oberopfingen an der Iller, kurz vor Memmingen. Hier stehen wir auf einem Parkplatz am Ortsrand. Auch hier waren wir wieder total verwundert. Der Platz liegt super erreichbar an der A7. Es war aber total ruhig übernacht. Danach geht es dann durchs Allgäu an den Bodensee. Diesen sehen wir aber nur kurz, denn wir wollen weiter nach Waduz ins Fürstentum Lichtenstein. So können wir nämlich den 18. Landesflaggenaufkleber für unser Womohek ergattern. Waduz selber ist eine superschöne und adrette Stadt, die zum Bummeln und Schauen einlädt und eine Riesenauswahl an Museen direkt in der Innenstadt zu bieten hat. Nach dem Stadtrundgang fahren wir dann weiter nach Mainfeld in Graubünden in der Schweiz. Hier liegt das Original Heidi Dorf, welches Johanna Spiri in ihren Erzählungen schildert und hier spielt die weltbekannte Heidi Geschichte. Die Bergkulisse im Dorf ist wirklich spektakulär und es macht einen Riesenspaß, wie Heidi und der Ziegenpeter durchs Dörfli zu spazieren und dabei das Ambiente des Dorfes in sich aufzunehmen. Nach dem Besuch des Heidi Dorfs geht es dann durch den San Bernardino Tunnel in Richtung Italien nach Ogebio. Dort gibt es einen wunderschönen Stellplatz mit Blick auf den Lago und privaten Terrassen für jedes einzelne Wohnmobil. Hier bleiben wir dann zwei Tage und danach fahren wir circa zehn Kilometer zurück nach Canobio, wo wir uns mit Freunden treffen und gemeinsam eine Woche auf dem Camping Del Sole bleiben werden. Den Campingplatz Del Sole stelle ich euch in einem separaten Video vor. Wir sind gespannt und bereit, dann lasst uns starten! Herzlich willkommen! Wir sind Katlin und Per. Seit 2007 bereisen wir zusammen die Länder Europas. Folgt uns auf www.brund-europa.de Bei der Burgruine Heiligenberg gibt es zwei Parkmöglichkeiten für Reisemobile. Es gibt einen offiziellen Stellplatz beim angrenzenden Hotel mit Infrastruktur oder man bleibt auf dem Wanderparkplatz. Wir entschieden uns für den Wanderparkplatz, da wir ja nur übernachten und am nächsten Morgen eine kurze Besichtigung der Ruine machen wollten. Der Ausblick von der Ruine ist wirklich großartig. Wir hatten mit dem Wetter ein super Glück und nun ist uns auch klar, warum dieser Punkt auch Hessens Krone genannt wird. So, zweiter Tag, auf geht's nach Nuttheim! Den ganzen Tag fuhren wir immer wieder durch Schneeregen und Griselschauer bis nach Nuttheim, wo wir uns mit einer für uns mittlerweile traditionellen Nuttheimer Pizza für die Weiterfahrt stärkten. Gegen Abend wurde das Wetter freundlicher und wir fuhren auf einen Parkplatz am Ortsrand von Oberopfingen. Die Nacht war kalt und wir wurden auch am nächsten Morgen mit frostigem aber klarem Wetter begrüßt. Dienstag, dritter Reisetag, es ist richtig kalt über Nacht gewesen. Wir stehen in Oberopfingen, ja bei Memmingen etwa und werden jetzt nach Waduz weiter fahren. Ja, schade. Wir haben gedacht, wir sehen den Bodensee, aber man fährt über die Grenze nach Österreich und fährt dann direkt in einen Tunnel und wo man durch den durch ist, der ist gar nicht mal so kurz, ist der Bodensee leider wieder weg. Zwischen der Schweiz und dem Fürstentum gibt es keine Grenzanlage und man ist nach der Überquerung des Rheins direkt in Lichtenstein. Der Parkplatz am Stadion ist perfekt für die Besichtigung von Waduz mit einem Wohnmobil. Die Parkgebühr beträgt einen halben Franken pro Stunde und ist von 17 bis 7 Uhr am Folgetag gratis. Man könnte hier mit Sicherheit auch übernachten, wir wollen aber nachher ja noch weiter. Vom Stellplatz aus hat man schon einen tollen Blick auf die Berge und das Schloss. Vom Parkplatz aus ist man zu Fuß in 15 Minuten im Citybereich von Waduz. Wir schlenderten so durch die Einkaufsstraße und waren begeistert. Über der Stadt thront das Schloss, leider ist es zum Zeitpunkt unseres Besuchs durch Baumaßnahmen nur eingeschränkt sichtbar. So mussten wir mit dem Modell vor der Touristeninformation vorlieb nehmen. Die Gebäude des Landtages mit dem Hohen Haus und dem Platz davor sind zwar vergleichsweise klein, aber nicht weniger beeindruckt. Der Landtag des Fürstentum Lichtensteins besteht bloß aus 25 Abgeordneten und ist somit im internationalen Vergleich ein eher relativ kleines Parlament. Römer 4 Säure Säure Saute Säure Baduz hat uns wirklich gut gefallen und wir können uns vorstellen, hier in Liechtenstein auf einer weiteren Reise mal ein paar Tage zu verweilen. Auch Solana war beeindruckt und mochte vor allem die üppigen Pflanzkästen in der für sie richtigen Höhe. Gut, das war klar, wir haben jetzt einen Schweizer Franken zahlen müssen, aber ich habe nur einen 5-Euro-Schein gehabt. Wechselgeld habe ich natürlich jetzt in Form von zwei Schweizer Frankenmünzen bekommen. Da können wir uns das nächste Mal eine Viertelkugel Eis verkaufen. Nach der Ausfahrt aus dem Stadionparkplatz ging es zurück in Richtung Schweiz nach Mainfeld in den Kanton Graubünden zum Heididorf. Rund um das Heididorf gibt es drei oder vier Parkplätze, die für Reisemobil geeignet sind. Wir nutzten den offiziellen am Eingang. Etwas weiter entfernt gibt es noch einen Ausweichparkplatz. Um beide aber zu erreichen, muss man sich erst durch den Ort schlängeln. Man kann auch auf einem großen Parkplatz in Mainfeld stehen, dann hat man aber schon einen Fußweg mit Anstieg zum Heididorf selbst. Als wir ankamen, gab es kaum Besucher, sodass wir auf dem ersten Parkplatz stehen konnten. Auf allen Parkplätzen rund ums Heididorf herrscht Übernachtungsverbot in Wohnmobilen. Wenn man keine vier Schweizer Franken Rückgeld, so wie wir, hat, kann man den Automaten am Parkplatz des Heididorfs auch per App bedienen. Das Heididorf selbst kostet keinen Eintritt. Und man ist nach einem kurzen Fußweg von ca. 10 Minuten vom Parkplatz aus im Dörfli. Wenn man sich aber Heidis Alphütte, das Heidi-Haus, den Rathausstall, die Dorfschule und Johanna Spiris Heidi-Welt von innen anschauen möchte, kostet es für Erwachsene 14 Schweizer Franken. Für Kinder 6. Bis zum vierten Lebensjahr haben Kinder kostenfreien Eintritt. Tröger Solange Voigt Spiris Heidi Spiris Heidi Für uns geht es jetzt zurück auf die Autobahn 13 in Richtung San Bernardino Tunnel. Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdem man sich dann unter Umständen während der Rushhour, so wie wir rund um 16 Uhr, durch die unschöne Ortsdurchfahrt von Lavertezzo und Gordola gequält hat, erhält dann einen kurzen Blick auf den Lago, bevor man Locarno und Ascona fast vollständig in Tunneln durchfährt. Der Grenzübergang Schweiz-Italien in Brizago ist unspektakulär, wenn auch gleich in einer schmalen Spitzenkurve gelegen. Jetzt haben wir es gleich geschafft, hier biegen wir ab. Die Anfahrt zum Stellplatz in Ogebio ist etwas schmal und man muss sich ein wenig entspannen, da vom Prinzip jederzeit hier auch mit Gegenverkehr zu rechnen ist. Hat man die Strecke nach oben aber geschafft, sollte man nicht einfach so schnell auf den Stellplatz rollen, denn bei der Einfahrt gibt es eine Schranke, die sich nur mit einer Karte öffnen lässt. Am besten stellt man sein Fahrzeug vor der Einfahrt auf dem Parkplatz davor ab und geht zu Fuß zum Automaten. Der Automat ist etwas umständlich, lässt sich aber auf verschiedene Sprachen einstellen. Es werden neben dem Kennzeichen des Reisemobils auch die Anzahl der Mitreisenden und deren persönlichen Daten aus dem Personalausweis erhoben. Der Fahrer muss zudem die Daten aus dem Führerschein in den Automaten eingeben. Hat man dieses Prozedere geschafft, erhält man eine Karte und Einfahrt auf den Stellplatz. Der Stellplatz für 22 Mobile liegt am Ortsrand von Ogebio. In den Ort sind es aber nur wenige Gehminuten. Hier findet man auch einen super kleinen Lebensmittelmarkt, der aber alles bietet, was man so als Grundbedarf benötigt. Selbstverständlich auch frische Brötchen, tolles Obst und Gemüse und natürlich regionale Weine. Der Stellplatz liegt einem auf für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal. Alle Plätze sind geschottert und befestigt. Einige Plätze sind auch teilweise abgeschattet. Am Platz gibt es WLAN und Hunde sind erlaubt. Der Preis pro Nacht beträgt 26 Euro. Da drin sind Strom, Wasser, Entsorgung des Grauwassers, Entsorgung des WCs und die Benutzung der WCs und Duschen im kleinen Sanitärgebäude enthalten. Die Anfahrt des Platzes ist an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr das ganze Jahr lang möglich. Die Anfahrt des Platzes ist an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr das ganze Jahr lang möglich. Die Anfahrt des Platzes ist an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr das ganze Jahr lang möglich. Die Anfahrt des Platzes ist an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr das ganze Jahr lang möglich. Nach zwei Tagen verließen wir den Stellplatz in Ogebio, nachdem wir eine Fernentsorgung durchgeführt hatten. Und fuhren durch die Schranke. Die Schranke öffnet sich natürlich wieder mit der Karte, sodass man sie erst nach der Ausfahrt am Automaten zurückgeben und sich die Kaution auszahlen lassen kann. Auf der Rückfahrt habe ich mir hier auf der Beifahrerseite die Spiegelkappe schön kaputt gefahren. Es ist dann doch ziemlich schmal. Jetzt geht's nur schnell die ca. 10 Kilometer zurück nach Canobio auf den Campingplatz, aber davon erzählen wir im zweiten Teil. In psychos환�stopp werden sie noch hier die Schranke aufbliert? Wie sieht die Schranke aus in! Die Schranke aus in der Müttung auf der Türkei aus! Vielen Dank.